Hey Leute, wir sind mal wieder in aller Munde, heute mit knabber Esspapier, ja Esspapier, in den Geschmacksrichtungen Tutti Frutti, Erdbeer und grüner Apfel, die werde ich mal heute gemeinsam mit euch testen. Ich glaube, so Esspapier, das kennen wir alle noch aus unserer Kindheit. Habe ich zumindest irrsinnig oft gegessen. Natürlich nicht richtiges Papier, aber Esspapier. Dann haben wir hier einmal Erdbeer, dann haben wir hier Tutti Frutti, das kommt auch raus, ja. So, und dann, was fehlt denn noch, grüner Apfel, das können wir jetzt auch noch mal rausholen. So, dann hätten wir grüner Apfel auch. So, dreimal Esspapier, darauf können wir glaube ich nicht schreiben, aber essen. Aber wie riecht es denn überhaupt? Okay, das riecht so ein bisschen wie Kaugummi. Und Tutti Frutti, die riechen eher fast gar nicht, vielleicht muss nur die mal einmal. Ja, grüner Apfel, okay. Tutti Frutti, also das riecht irgendwie gar nicht, ich probier es mal. Ja, es geht. Aber Tutti Frutti war ich nicht. Da kommt der Geschmack jetzt nicht so krass aus. Vielleicht bei Erdbeer? Ja, auf jeden Fall. Also bei Erdbeer, da wird der Geschmack schon deutlich im Mund. Dann noch grüner Apfel. Oh doch, doch. Sind natürlich hier sehr schnell weg. Ja, ich glaube, ich probiere nochmal Tutti Frutti, wie viel haben wir dann eigentlich in einer Packung? Eine habe ich gerade gegessen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Stück, okay. Jetzt müssen wir mal zwei probieren, damit das vom Geschmack einfach intensiver wird. Nö. Das hier ist von der Marke Küchle, glaube ich. Ja, auch vegan. Die anderen Zutaten brauchen wir uns jetzt gar nicht anschauen. Ich sehe gerade noch rote Beete-Saft ist hier auch noch mit dabei. Okay, auch gut. Also ja, Tutti Frutti Frutti, von der Farbe her wird die coolste, aber vom Geschmack her ehrlich gesagt schmeckt es wahrscheinlich wie normales Papier. Natürlich brauche ich jetzt hier nicht Papier essen, aber ja. Hm. Naja. Naja. Okay. Tutti Frutti, knabber Esspapier, grüner Apfel und Erdbeergeschmack kennen wir wahrscheinlich alle. Also Esspapier wäre das noch nicht gegessen. Also ich habe das so oft in der Kindheit gegessen und jetzt gerade kommen jetzt die ganzen Kindheitserinnerungen hoch. Ja. Entweder vom Kiosk nebenan oder vom Eismann. Ja. Knabber Esspapier. Etwas für die Erinnerung würde ich schon fast sagen. Aber vom Geschmack her natürlich auch wieder super cool. Ja. Knabber Esspapier von Küche. Leute ihr wisst, alles eine Geschmackssache, aber trotzdem doch sehr sehr lecker. Mal was anderes. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.